Hallo liebe Leute, ich melde mich gerade live vom Wasser. Ich durfte die letzten zwei Nächte Stil voll ablenken. Wo ich mir sicher bin, ist, dass ich auf der Wunschuhmesse Reloaded am 6.7. April nicht mehr Plank aussteigen werde. Ich bin dort mit Umreichs Angelfachmarkt und Team Nash Austria und hoffe, dass ich dem ein oder anderen etwas über das Bootskarpfenangeln im Stillgewässer näher bringen kann, die ein oder anderen Tipps geben kann oder Fragen beantworten kann. Auf jeden Fall freue ich mich auf euer zahlreiches Kommen und mit dabei werden wir haben von AllroundenRin das Kiwi 249 mit einem aufblasbaren Kiel um nur 539 Euro Aktionspreis. Das könnt ihr natürlich auch dann dort vor Ort kaufen. Also dann, ich freue mich auf jeden Fall auf ein zahlreiches Kommen und ja, Tightlines, haltet die Euren steif!